Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Heute ist Silvester. Ja, und heute ist wie gesagt mal am Abend, Folge 85. Ja, und wie ihr gehört habt, knallt es ja auch schon ordentlich draußen. Ja, ich werde heute Silvester feiern und morgen gibt es hier ein extra Spezial zum Silvesterabend. Also, ich sag jetzt Tschüss.